Die Top 6 Produkte, Pizzateigbox Ich habe vor kurzem die Genus Dei Hefekiste Pizza und Brot gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Kunststoffbox ist groß genug, um Teig für Brot und Pizza aufzubewahren, und der Deckel schließt fest und verhindert das Austrocknen des Teigs. Die Box ist robust und langlebig, was sie zu einer großartigen Investition für die Lagerung von Lebensmitteln macht. Es ist auch sehr einfach zu reinigen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es anderen empfehlen, die eine zuverlässige und langlebige Teigkiste suchen. Ich bin absolut begeistert von der Royal Fye Pizzaballenbox. Die Box ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch äußerst praktisch und funktional. Ich kann meine Teigballen darin perfekt aufgehen lassen und das Ergebnis ist ein perfekter, knuspriger Teig. Die Box ist stapelbar, was mir viel Platz in meiner Küche spart und wird mit einem passenden Deckel geliefert, der den Teig darin sicher aufbewahrt. Der mitgelieferte Spachtel erleichtert das Herausnehmen der Teigballen ungemein. Ich kann diese Pizzabox jedem empfehlen, der gerne Pizza oder Brot selbst macht. Ich bin begeistert von der Royal Fye Pizzaballenbox Piccolo. Die sechs bunten Behälter mit Deckel eignen sich perfekt zur Aufbewahrung von Pizzateigballen und Zutaten. Die Gärbox sorgt dafür, dass der Teig perfekt aufgeht und die Pizzen kross und lecker werden. Die Box ist einfach zu reinigen und platzsparend zu verstauen. Ich nutze sie mittlerweile regelmäßig und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Kann sie jedem empfehlen, der gerne Pizza backt und ordentlich und praktisch seine Zutaten aufbewahren möchte. Ich bin sehr zufrieden mit der Kieper Aufbewahrungsbox mit Deckel und Schiebeverschluss. Die Größe ist perfekt für meine Küchenvorräte und die 7 Liter Fassungsvermögen bieten ausreichend Platz. Der Schiebeverschluss funktioniert einwandfrei und hält den Inhalt sicher und frisch. Auch das Design in Transparent und Cornelia ist sehr ansprechend und passt gut in mein Zuhause. Die Box fühlt sich robust an und ich bin mir sicher, dass sie mir lange Zeit gute Dienste leisten wird. Ich kann sie definitiv weiterempfehlen. Ich bin total begeistert von der Royal Fye Pizza Belagstation Napoli. Mit den vier Einsätzen und Zutatenbehältern ist sie super praktisch und ich kann jetzt endlich meine Pizza individuell belegen und jeder Gast kann seinen eigenen Lieblingsbelag wählen. Die Deckel halten alles frisch und die Station ist auch sehr pflegeleicht. Das granitfarbene Design passt außerdem perfekt zu meiner Kücheneinrichtung. Ich kann das Produkt jedem empfehlen, der gerne Pizza backt und dabei Wert auf eine praktische und schöne Aufbewahrung legt. Ich bin absolut begeistert von der Royal Fye Pizza Ballen Box. Sie bietet genug Platz für 30 x 40 cm große Pizza Ballen und kommt mit einem praktischen Deckel sowie zwei Belagstationen. Die Box ist sehr robust und hält meine Pizzateigbälle perfekt frisch. Außerdem bietet sie auch Platz für andere Lebensmittel, was das Aufbewahren und Organisieren in meiner Küche erleichtert. Ich kann diese Box jedem empfehlen, der gerne Pizza macht oder einfach nur zusätzlichen Stauraum in der Küche benötigt. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.